Du möchtest deine Mannschaft im Athletikenbereich besser machen, hast du aber keine Ahnung, wie das geht? Kein Problem, sichere dir jetzt meinen kostenlosen Athletikkurs, den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Video gucken wir uns eine ganz, ganz einfache Torwartübung an, die die Torhüter einfach nur untereinander machen können, während auf der anderen Hallenhälfte die Spieler sich zum Beispiel einpassen oder auch auf der gleichen Hallenhälfte. Also es geht auch, wenn die Spieler hier sich einpassen mit irgendeinem Passkontinuum, das ja bis maximal vielleicht 7 Meter geht, im Optimalfall bis 9 Meter. Und dann arbeiten die Torhüter hier, so geht es auch auf einer Hallenhälfte. Und zwar ist ein Torwart einfach im Tor, der andere steht so bei 5 Meter, bei 6 Meter und hat ganz viele Plättchen, Hütchen oder auch Bierdeckel. Irgendwas, was halt quasi so Frisbee-ähnlich in etwas kleiner, was gut fliegt. Wenn diese Hütchen gehen, die sind nicht ganz so gut, im Optimalfall hast du wirklich diese Plättchen, diese Gummiplättchen von Irima zum Beispiel oder Jako gibt es hier auch in Gelb und Rot. Und dann werden die Plättchen einfach nacheinander, dann hat er zum Beispiel 20 Stück der Torwart hier, werden nacheinander einfach so aufs Tor geworfen. Die Torwart muss immer hier zack halten, bam, da halten. Dann immer mal gucken, dass man so verschieden, wo die Plättchen hinwirft, immer probieren das Tor zu erzielen und er hält einfach die ganze Zeit zack, 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 die ganzen Plättchen. Das wäre die Übung in ganz einfach. Dann kann man es auch noch so machen, dass der Torwart hier immer zweier Serien wirft. Das heißt, er nimmt sich zwei Plättchen in die Hand. und dann steht dieser Torwart hier zum Beispiel mit dem Rücken zum anderen Torwart, also Gesicht, Blick Richtung Tor und dann auf ein akustisches Signal, zum Beispiel einmal klatschen oder hepp, dreht der Torwart sich um, das heißt dreht sich um, dann kriegt er zwei schnelle Plättchen, so bam, bam zum Beispiel. Dann muss er direkt zack, zack halten. Genau, dann wird einfach nach einem Durchgang gewechselt und der andere Torwart ist dran. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com Mach's gut, ciao!